Bastelzeit heute mit diesem Kasten hier. Der ist schon ein bisschen älter, Baujahr 2009 und das ist so ein bisschen Maker-Historie. 2009, das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Der Begriff Maker den gab es nicht so wirklich. Wenn man irgendwie was haben wollte, dann musste man die Geschäfte abklappern und konnte nicht frei Haus aus China bestellen. Und in Schulen wurden auch noch Overhead-Projektoren statt Beamer verwenden. Okay, schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nun ja, damals gab es natürlich auch schon Elektronik-Bastler, wenn auch nicht ganz so viele. Und die hatten das Bedürfnis, Platinen zu bekommen. Ja, heute ist das ja kein Problem mehr. Da lädt man seine Gerber-Dateien hoch und bekommt dann ein bisschen später komplette Platinen fertig hergestellt. Frei Haus. Es gab es damals zwar auch schon. Allerdings, naja, hier so eine kleine Platine, paar hundert Euro oder D-Mark damals, konnte man da locker loswerden. Das heißt also, die meisten haben sich eher nicht so was hier gebaut. Klar, man kann dann mit solchen Loch-Raster-Platinen arbeiten. Man kann auch natürlich mit Breadboard-Sachen machen. Aber wenn es was Permanente werden soll, Platinen sind schon nicht ganz so schlecht. Naja, wie ist das so, wenn das Offizielle zu teuer ist? Man fängt an, es selber zu machen. Und aus der Ecke kommt das hier. Ja, kurzer Hintergrund. Damals gab es natürlich auch schon Platinen. Die sahen dann so aus. Die waren meistens einseitig und ohne SMD. Und ja, wenn man die haben wollte, da hat man erst eine Platine sich gekauft, die komplett aus Kupfer war und meistens auch schon mit einer Schicht drüber, die ja lichtempfindlich war. Danach ist man hingegangen und hat mit seinem Drucker zu Hause vom PC aus den Schaltplan fertig gemacht und dann zum Beispiel so fertig gemacht. Das hier, das sind so Folien für Overhead-Projektoren und da hat man drauf gedruckt. Wie man sieht, ich habe hier gleich zwei hintereinander gelegt, dass es noch undurchsichtiger wird. Und an der Stelle kommt dann jetzt hier das Gerät zum Einsatz. Denn hier kommt die Platine mit dem hier drauf, wird dann übereinander gelegt und hier das Ding belichtet die Platine. Danach hat man dann die Platine entwickelt. Das heißt, diese Folie, die da drauf war, die Beschichtung, ist durch das Licht hier von dem Apparat an den Stellen, wo es dran kam, wo also kein Schwarz auf der Platine war, angegriffen worden. Das hat man dann weitergemacht mit dem hier, Natriumhydroxid, hat die Platine da rein eingeweicht, ist dann ein bisschen drüber gegangen, hat ein bisschen abgerieben und danach hatte man quasi die Beschichtung nur noch an den Stellen, wo kein Licht dran kam. Aber immer noch überall Kupfer. Und danach ist man hingegangen, hat die Platine geätzt. Ging dann zum Beispiel hiermit Natriumpersulfat. Das ist eine Art von Ätzmittel, die es da gibt. Die Härteren haben eventuell Eisendrichlorid verwendet, aber das ist dann mehr Sauerei. Von daher, Natriumpersulfat gar nicht so schlechte Sachen gewesen. Hat das dann entsprechend darin liegen lassen. Dieses Ätzmittel hat dann angefangen, hier das Kupfer wegzumachen. Hier kann man es auch, denke ich, schön sehen. Ich habe hier irgendwann abgebrochen, weil die Seite hat mich nicht interessiert. Und am Ende hat man dann da, wo Licht dran kam, Löscher im Kupfer und da, wo Dings drauf war, mit etwas Glück genügend Kupfer, um eine Verbindung herzustellen. Wie ihr seht, nicht ganz so sauber, aber es hat funktioniert. Und ja, hier den Belichtungsapparat, den habe ich jetzt mal ein bisschen wiederverwertet, denn der hat eins, was ich immer wieder brauchen kann, nämlich UV-Licht. Wenn wir uns den hier nämlich mal aufklappen, dann sehen wir hier drin, tada, hier sind zwei Röhren drin. Und diese Röhren arbeiten, wie schon gesagt, im UV-Spektrum. Welches genau? Steht leider nirgendwo drauf, soweit ich das sehe. Und ich gehe mal davon aus, dass das ja nicht das böse UV ist. UV-C wird zum Beispiel genutzt, um entsprechend Sachen zu desinfizieren. Greift allerdings auch sehr schnell menschliche Haut und alles mögliche an. Also man verbrennt quasi durch Licht, um es sozusagen, je nach Stärke der Lampe. Ja, ansonsten, ihr seht schon, das Ding hier, das ist schon so, ja, man sieht, dass es Kleinserie ist. Wir haben einen Holzdeckel mit irgendwie so einem Alurahmen, wobei diese ganzen Alurahmen auch so aussehen, als ob die irgendwie aus einem Fertigbausatz stammen. Und auch sonst, wenn wir das mal kippen und unten reingucken, diese Platine sieht doch sehr selbstgeätzt aus. Also ja, ich gehe davon aus, dass das eher kleinere Stückzahlen war. Weil wie gesagt, früher so wirklich Bastler, die was gemacht haben, gab es nur sehr wenig. Und die großen Firmen haben nicht sowas hier benutzt, sondern entsprechend die professionellen Sachen, die dann aber auch ein bisschen andere Preiskategorie waren. Ich glaube, hier so ein Kasten, der hat irgendwie, lass es mal umgerechnet, 50 bis 100 Euro sein gekostet. Und ja, gut. Was hat er denn noch hier, außer den Röhren? Wir haben hier vorne irgendwas zum Einstellen. 0 bis 10. It doesn't go to 11. Schade. Und Timer Start, Timer Stop. Zwei kleine Tasten. Also wird wohl ein Timer sein. Und ja, der war dafür da, dass man hier einmal einstellt, wenn man weiß, wie sein Beschichtungsmaterial auf den Platinen reagiert. Hat man hier die Zeit entsprechend eingestellt, hat es stehen lassen und wusste beim nächsten Mal, okay, so lange muss ich. Hat nur noch Start gedrückt. Lampe ging an und nach der eingestellten Zeit, ich schätze das in Minuten, aber sicher bin ich mir nicht, ist dann entsprechend die Lampe ausgegangen und das Ding war fertig und hat nicht angefangen, sich überzubelichten. Das zum Beispiel, ihr habt es ja bei der anderen Platine gesehen. Wenn wir hier nochmal gucken, hier sieht man ja schön, dass in diesen Bereichen, die eigentlich voll bleiben sollten, Zeug fehlt. Das heißt, das ist eventuell ein bisschen lange belichtet worden. Das heißt also, hier ist durch diese Folie noch Licht durchgekommen von dem UV-Licht auf den bedruckten Stellen. Ich denke, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, weil Licht kommt halt von der anderen Seite, aber man kann hier eventuell sehen, dass ich meinen Finger dahinter bewege. Das heißt, so ganz schwarz ist halt ein gedrucktes schwarz am Ende auch nicht. Und ja, das war dann natürlich ein schönes Hilfsmittel. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Also für die, die mitspielen wollen, ihr habt ja den Typ hier schon gesehen. Das ist der HWE, Entwicklung elektrischer Komponenten, wenn ich das richtig sehe. BEL3, auch das Schild hier sieht mir nach Tintenstrahldrucker und ausgeschnitten aus. Und auf der Rückseite mal ein handgeschriebenes Typenschild. BEL3, 230 Volt, 0,0, unklar Kilowatt, Baujahr 2009 und die Serie Nummer 90306. Gut, ja, ich würde sagen, wir gucken uns erst mal an die Funktion. Das heißt, ich suche mal gerade ein bisschen Strom. Hinten ist ein Schuko-Stecker zum Glück dran. So, wenn wir jetzt hier mal gucken. Ich mache das mal auf, drücke Start. Die Lampen gehen an. Hier kommt jetzt UV-Licht raus und nach der, wenn ich Stop drücke, geht es entsprechend aus. Beziehungsweise natürlich auch, wenn ich die Zeit ablaufen lasse. Und ihr seht es auch in der Kamera, das ist so ein schönes helles Blau. Ich lasse es jetzt nicht zu lange an, weil ich, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, welche Röhren da drin sind. Und ja, viel wird mit drin sein. Es sind wirklich noch Röhren. Das heißt also nichts mit LED-Technik oder so. Ihr seht ja auch hier eventuell am Rand, da sieht man die Starter für die Röhren. Hatte ich ja schon mal erklärt. Und mich interessiert das mal, was ist da für ein Timer verbaut? Wie ist der aufgebaut? Das Problem ist, eventuell seht ihr jetzt außenrum alles irgendwie genietet. Auch die Unterseite ist ein komplettes Nieten-Grab. Also ja, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Aber was reingekommen ist, kommt auch irgendwie wieder raus. Von daher gucken wir uns das mal an. Ups. Ah ja, okay. Das hier ist einfach mit ein bisschen Silikon, würde ich schätzen, aufgeklebt. Und das Glas ist, das Glas, was hier drauf ist, hat eine gewisse Größe, nämlich fast DIN A4. Ich habe schon so eine Idee, wo das herkommen könnte. Denn Gläser in der Größe wurden früher bei den Flachbett-Scannern eingesetzt. Das heißt, ich würde sehr vermuten, dass das daherkommt. Und ja, das hat man dann hier entsprechend eingesetzt. So, ich sehe ein paar Schrauben. Also schrauben wir mal eine Runde und gucken dann, wie das am Ende aussieht und wo wir da dran kommen. Ach, was ich ja auch gerade sehe, was ich eben gar nicht gesehen habe. Das Ding hinten gucken. Da ist auch ein elektronisches Vorschaltgerät. Helva, Finnland. Mehr ist nicht wirklich zu sehen. G13, 18 Watt, 0,37 Ampere und ein, äh, das müsste Fee sein von 0,32. Das wird natürlich eher, ja, nicht so berauschend. Das ist die, der sogenannte Powerfactor, ja, dem hat man eventuell schon mal gehört. Also das Verhältnis zwischen Blind- und Wirkleistung, ja, heute für Privatpersonen meistens noch uninteressant. In der Industrie ist es inzwischen wirklich so, dass man teilweise auch diese Blindleistung bezahlen muss. Denn das ist halt Leistung, die wird zwar nicht verbraucht, aber die Leistung muss übers Stromnetz hin und her transportiert werden zwischen Kraftwerk und Verbraucher. Und ja, das ist natürlich dann etwas, was nicht ganz umsonst kommt. So, machen wir mal hier oben das raus. Zack. Und, ups, man sieht auch hier schön, dass es hier hinten mit Heißkleber, wie es aussieht, entsprechend festgemacht worden. Ähm, ich meine, hey, am Ende, es hat funktioniert. Von daher, ähm, kann ich es denen nicht wirklich übel nehmen. Denn, ja, solange es klappt, ist doch alles fein, ne? So, im Inneren, was haben wir denn schönes? Offensichtlich haben wir unsere beiden Röhren, eine ziemlich reflektierende Metallplatte hinten. Die beiden Starter, das sind Osram Starter. Germany 4 bis 22 Watt, Typ ST151. Okay. Und können wir bei den Röhren irgendwas sehen? Eine Typ Nummer wäre da wahrscheinlich nicht schlecht. Hier. Philips. Actinic BL, made in Poland. TL 8 Watt. Und HG. Also ist mit Quecksilber. Das waren die Lampen aber eigentlich fast alle. Äh, was haben wir hier noch stehen? Hier steht noch ein 0711 08 M 8 W 10. Gucken wir mal weiter, denn hier vorne sitzt ja der Timer, der für uns relevant ist, den wir uns mal angucken wollen. Also schrauben wir den mal raus. Der ist mit zwei Schrauben in der Frontblende fest. Und ich gehe davon aus, das wird auch wieder so eine Schaltung sein, die man heute mit einem Mikrocontroller deutlich kleiner machen kann. Aber damals war ein Mikrocontroller teurer. Und hey, was haben wir da? Unser Liebling, ein 555. Yay. Okay, ähm, gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben an, äh, Dingen. Oh, ich sehe, ist auch etwas kaputt. Da ist ein kaputter Kondensator drauf. Äh, gehen wir gerade noch mal durch. Wir haben hier hinten den Eingang vom Strom. Da machen wir erstmal so, da kann man auch ein bisschen mehr sehen. Äh, das Stromkabel kommt rein. Erde ist hier gekrimmt und mit einer Zackenscheibe genietet, wenn ich, ja, genietet auf das Blech von dem hier, vom entsprechenden Starter. Dann haben wir Plus und Minus. Geht hier auch eine Lüsterklemme. Ähm, okay, gut. Gleich mal aufmachen und gucken, wie sie das gemacht haben. Von da aus gehen jeweils drei Drähte raus. Nein, zwei Drähte raus. Nein, zwei Drähte. Und zwar geht hier einer auf den hier. Das ist ein Transformator auf 15 Volt. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir ein 12 Volt Relais. Das wird dann wahrscheinlich umschalten. Genau, ja, genau. Das Relais schaltet dann entsprechend den Strom auf den hier hinten. Der hier hinten macht dann entsprechend andersrum. Die beiden Lampen an. Der neutral ist direkt hier drauf entsprechend. Äh, Moment mal, hier fällt da was, oder? Ach nee, nevermind. Das ist ja einfach nur ein Ballast. Äh, das heißt, er hat kein neutral in dem Sinne, der dann noch zu den Lampen zusätzlich geht. Okay. Ähm, gut. Ähm, ich mache mal ein paar Bilder hiervon und dann können wir uns gleich angucken, wie das Ganze dann funktioniert hat damals. Und dann schauen wir mal, was sich denn hier verbirgt und, äh, komm. Seriously. Okay. Man hat offensichtlich den Draht hier, die Litze, verzinst mit Lötzin und dann in die Schraubklemme reingetan. Äh, bitte nicht nachmachen. Das, ähm, ja, kann schiefgehen. Das Problem ist, dass sich das Lötzin mit der Zeit verformen kann unter dem Druck von hier so einer Schraubklemme. Und das kann zu Kontaktproblemen führen und Kontaktprobleme führen zu Hitze und irgendwann, äh, ja, schmilzt euch hier diese wunderschöne Schraubklemme weg. Glaubt mir, äh, ich hab's schon öfter gesehen, das kann durchaus passieren. Das ist nicht irgendwie so eine unnötige Vorschrift, die man sonst öfter mal findet. Das hat schon so seinen Sinn. Also entsprechend sollte man hier lieber eine Art der Endhülse drauf machen oder eine andere Klemme verwenden, die entsprechend auch für Litzen geeignet ist. Aber bitte nicht hier so. Und das wird irgendwie nicht besser hier mit den Sachen, die ich entdecke. Ähm, achtet mal hier auf den Trafo. Wie geht es auf einen Gleichrichter und dann auf den Elko. Der Elko, wenn wir uns den mal von der Seite angucken, ich hoffe, man kann es erkennen. 470 Mikrofarad, 16 Volt. Ähm, hier kommen zwar nur 15 Volt raus, aber wenn wir 15 Volt AC gleichrichten, ist das mehr als 16 Volt. Das ist also keine allzu große Überraschung, dass dieser Elko hier das Zeitliche gesegnet hat. Ah, der muss auf jeden Fall ersetzt werden. Und ja, sorry, Designfehler. Nee. So, dann schauen wir uns die Platine nochmal an. Auf der Oberseite können wir schon sehen, nicht viele Bauteile. Wir haben hier entsprechend die Schraubklemmen, die hier an der Seite sitzen. Die obere ist rein fürs Relais, was wir haben, ist ein Finderrelais, also auch eher Markenware. Das andere, ein Kondensator und dann hier der Trafo, Gleichrichter, ein Spannungsregler mit den ganzen Kondensatoren außenrum und der 555 in der Mitte zusammen mit dann einem Poti zum Einstellen und den Knöpfen. Das Ganze habe ich mir dann auch mal mit der Schaltung angeguckt. Das ist überschaubar. Wir haben hier einmal die ganzen Sachen und das sieht dann so aus. Prinzipiell relativ einfache Sache. Das einzige, was mir hier aufgefallen ist, wenn wir nochmal hier hingehen und die Traces wegholen, dann können wir sehen, dass hier teilweise, wie zum Beispiel hier an der Stelle, das Ganze überlötet wurde, sage ich mal. Das ist anscheinend eine selbst geätzte Platine und per Hand gelötet. Und beim Löten ist dann schon mal irgendwie auf angrenzende Leiterbahnen und so ein bisschen Lötchen draufgekommen. Hier oben kann man es auch gut sehen. Aber die Lötbrücken wurden alle wieder nach wieder entfernt. Also man hat sich zumindest Mühe gegeben. Das einzige, was ich ein bisschen bedenklich finde, hier kann man so ein bisschen erahnen, da wurde anscheinend mit dem Seitenschneider in die Lötstelle reingeschnitten danach. Ziemliche mechanische Belastung ist vielleicht jetzt nicht so dolle. Das hier ist jetzt allerdings ein bisschen unübersichtlich, auch wenn es jetzt nicht so voll ist. Ich bin trotzdem hingegangen, habe das Ganze einmal in KeyCut nachgebaut. Dann können wir das besser sehen. Also gehen wir einmal durch hier oben. Wir haben erstmal unseren Eingang hier, die Schraubklemme. Von da aus geht es auf einen Kondensator X2 und dann den Trafo. Der Kondensator ist zum Ausgleich da, denn ein Trafo ist ja im Prinzip erstmal nichts anderes als eine Spule. Spule, Induktivität, macht eine induktive Last. Induktive Last belastet das Stromnetz. Um das ein bisschen auszugleichen, macht man eine Kapazität daneben und Kapazität und Induktivität gleicht sich dann so ein bisschen aus. Ist besser für die Phasenverschiebung oder Powerfactor, Cosinus Phi, wie ihr es nennen wollt. Macht es quasi für das Stromnetz angenehmer. Der Trafo ist ein 230 Volt auf 15 Volt Trafo. Allerdings 15 Volt AC. Unser 555 braucht DC. Deswegen kommt da der Full Bridge Rectifier. Also ein entsprechender Gleichrichter, der dann mit Dioden das Ganze auf Plus und Minus macht. Und das glätten wir dann mit dem Kondensator. Und das ist die eine Stelle, wo ich eben schon gesagt habe, das passt nicht. Hier steht jetzt 24 Volt. Das stimmt nicht so ganz. 15 Volt stimmt aber auch nicht. Das ist ein klassischer Fehler, wenn man nicht viel mit AC macht. Den habe ich damals auch schon gemacht. 15 Volt AC sind nicht 15 Volt DC. Also fast nicht. Denn diese AC Angaben 230 Volt und 15 Volt, das sind sogenannte RMS Angaben oder auf Deutsch Effektivwert. Das gibt an, was eine vergleichbare Spannung in DC an Leistung leisten könnte. Um es mal so rum zu sagen. Das geht aber von was Wichtigem aus. Und zwar von AC. Denn der Hintergrund ist, dass wir hier üblicherweise mit Sinuswellen arbeiten. Das heißt, wir haben dann einmal die eine Richtung die Polarität, in die andere Richtung die Polarität und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns das angucken, wir haben ja immer wieder Stellen, wo wir im Prinzip keinen Stromfließen haben. Das heißt also, je nachdem, wo man den Nullpunkt anlegt, hier unten oder in der Mitte oder sowas. Das heißt also, Bereiche, wo wir quasi keine Leistung haben. Und um das auszugleichen, ist aber die Spitzenleistung hier oben, die ist eine andere. Das ist nicht 15 Volt. Das ist entsprechend mehr, um diese Zeiten, wo halt nichts kommt, ausgleichen zu können. Wenn wir jetzt aber hier den Aufbau haben, dann richten wir das ja gleich und haben dann den Kondensator. Und dieser Kondensator, der speichert ja Energie und der gleicht somit diese Stellen, wo kein Strom fließt, aus. Das heißt also, wir haben am Ende im Prinzip am Anfang hier etwas, wo geladen wird. Sagen wir mal, wir laden jetzt hier und jetzt sind wir hier oben und jetzt fällt im Prinzip die Eingangsspannung weg. Aber der Kondensator gleicht das aus. Das heißt, er entlädt sich nur langsam, je nachdem, wie viel Strom wir ziehen, und lädt sich hier wieder auf. Das heißt aber natürlich auch, dass damit unsere kompletten Nulldurchgänge, sage ich mal, fehlen. Und dementsprechend müssen wir nicht mehr mit dem RMS-Wert rechnen, also wie viel könnte, wenn wir die Nulldurchgänge hätten, sondern mit diesen Werten hier. Und das ist der sogenannte VPP, also Voltage Peak-to-Peak. Das können wir dann ausrechnen. Dazu sagen wir einfach die 15 mal und dann die Quadratwurzel 2. Und das gibt dann 21,21 Volt in einer perfekten Welt. Denn wir haben ja noch die Dioden hier dazwischen und Dioden haben einen Spannungsabfall. Und bei hier so kleinen Spannungen, da macht das natürlich was aus. Gehen wir mal von 0,6 Volt pro Diode aus. Und wir haben ja immer zwei Dioden, die leitend sind. Das heißt also 1,2 Volt müssen wir noch abziehen. Und damit wären wir dann bei ungefähr 20 Volt, die wir hier hinten haben. Und die 20 Volt muss der Elko aushalten können. Das waren 16 Volt. Elko passt nicht. Zu knapp berechnet. Vergessen, dass entsprechend VPP hier relevant ist und nicht RMS. Und deswegen ist der halt geplatzt. Wie gesagt, hier steht jetzt 24. 20 kann ich in KeyCard leider nicht auswählen. Deswegen war mir das zu nervig. Die 20 Volt gehen dann einmal auf dieses Konstrukt. Das ist ein 7812, ist ein Linearregler. Das heißt, der nimmt eine Eingangsspannung und macht da draußen eine stabile Spannung von 12 Volt. Jedenfalls davon ausgehend, dass die Eingangsspannung 12 Volt plus X mindestens ist oder höher. Und das ist auch eine wichtige Sache. Zum einen unser 555, ich glaube nicht, dass der 24 Volt abkann oder 20 Volt abkann. Und das zweite ist, diese 20 Volt, die wir jetzt ausgerechnet haben, die gingen ja davon aus, dass wir 15 Volt AC aus dem Trafo bekommen. So ein Trafo macht aber nicht 15 Volt. Der macht 15 Volt, wenn 230 Volt reinkommt. Das Stromnetz kann aber schwanken. Das kann auch mal 220 Volt sein. Das können mal 240 Volt sein. Und entsprechend haben wir auch hier ein bisschen Varianz in der Spannung. Und das wird alles hierdurch ausgeglichen durch den Linearregler. Dann haben wir eine stabile 12 Volt Spannung, mit der wir unsere komplette Schaltung betreiben können. Und die Schaltung, die ist dann erstmal auch relativ einfach, wenn wir uns die hier angucken. Wir haben unseren 555 Timer. Der Ausgang ist über einen Widerstand auf einen Transistor. Und der Transistor schaltet unser Relais, wo der Ausgang dran hängt. Über das Relais haben wir dann noch eine Diode. Freilaufdiode hat man üblicherweise bei solchen Sachen, weil auch hier ist eine Spule drin. Und wenn wir da den Strom ausschalten, gibt das irgendwie so einen kurzen elektromagnetischen Puls, der rückwärts läuft und der wird da hier abgeleitet. Deswegen macht man hier so eine Diode in die eigentlich falsche Richtung dahinter. 555 kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Das ist ein klassischer Baustein, wenn es um Timer geht. Also alles, wo man Zeit messen muss. Pi mal Daumen genau. Aber gerade für hier sowas ist das okay. Die Schaltung, die wir hier haben, ist auch ganz klassisch. Das ist nämlich eine sogenannte monostabile Kippstufe. Eine monostabile Kippstufe heißt, wir können sie mit einem Taster kippen lassen. Das ist der sogenannte Trigger. Wenn wir hier den Trigger gucken, der ist über einen Widerstand mit 12 Volt verbunden. Und das ist definitiv falsch, was ich hier gezeichnet habe. Das wäre nämlich ein Kurzschluss. So muss das sein. Also Trigger wird über den Widerstand auf 12 Volt gehalten. Es sei denn, wir drücken diesen Knopf hinten und das ist unser Startknopf. Dann wird entsprechend hier die Stelle, wo jetzt 12 Volt anliegt, über die Diode entladen gegen Ground. Und wir haben den Trigger damit ausgelöst. Das heißt, der Zähler fängt an. Dann gibt es ein paar Pins, die sind für das Timing zuständig. Das heißt, der legt die Zeit fest. Das ist zum Beispiel CV für die Control Voltage, der einfach hier durch einen Kondensator gepuffert wird. Auf der anderen Seite haben wir Discharge und Threshold. Discharge ist dabei normalerweise hier in der Schaltung sozusagen mit Ground verbunden. Das heißt also, hier diese ganze Schiene liegt auf 0 Volt. Der Kondensator ist nicht geladen. Und da der Spoti hier, das hat so eine Verbindung mit 12 Volt, ist aber relativ hochohmig. Das heißt, es fließt auch nur sehr wenig Strom hier über die Strecke, fließt aber direkt ab in Richtung Ground. Jetzt kommt es aber zu dem Fall, dass wir hier oben unseren Trigger betätigen. Das heißt also, den Taster gedrückt haben. In dem Moment macht der 555 zwei Sachen. Zum einen schaltet er den Ausgang ein. Das heißt also, unser Relais schaltet um und die Lampen gehen an. Das zweite, was er macht, ist den Discharge wegnehmen. Das heißt also, im Prinzip haben wir jetzt hier die Leitung, die jetzt nicht mehr zu Ground verbunden ist. Was passiert jetzt? Naja, der Strom fließt jetzt von 12 Volt über diesen Spoti in den Kondensator hier. Der Kondensator ist dabei relativ groß, der Widerstand relativ groß, aber er lädt sich langsam auf. Das heißt, die Spannung im Kondensator, die steigt immer weiter. Und das tut sie bis zu einem gewissen Wert, dem sogenannten Threshold. Und wenn der erreicht ist, dann reagiert der 555 wieder, sagt sich, okay, Zeit ist um und schaltet wieder in den Ausgangszustand. Das heißt also, der Ausgang geht aus und der Discharge wird wieder mit Ground verbunden. Das heißt also, der Kondensator ist dann wieder entladen. Und in diesem Zustand bleibt er dann, bis das der Trigger wieder betätigt wird. Es gibt nur eine einzige Ausnahme und das ist der sogenannte Reset hier oder Not Reset. Wir sehen ja das Pünktchen hier. Mit dem kann man das Ganze vorzeitig zurücksetzen. Und, Überraschung, wir haben hier auch 12 Volt über einen Widerstand, der auf den Reset-Pin geht. Das heißt, der wird die ganze Zeit High gehalten. Und Not Reset heißt, hoher Pegel heißt nicht Reset. Das heißt, wir laufen ganz normal weiter. Hier ist auch noch zusätzlich ein Kondensator, um das Ganze ein bisschen zu entkoppeln. Aber der ist für uns nicht wirklich relevant. Und der Reset, der lässt sich ebenfalls über hier so eine Dioden- und Tastenkombination bedienen. Wenn wir den Taster drücken, kommt hier Ground an und entsprechend würde er vorzeitig, auch wenn der Kondensator noch nicht vollständig geladen ist, das Ding zurück in den Ausgangszustand setzen. Das heißt also, die Lampen gehen aus und erwartet wieder darauf, dass wir unseren Start drücken. Die Schaltung, wie gesagt, sehr, sehr einfach, ist auch relativ simpel konstruiert. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, was mich noch so ein bisschen verwundert hat, das war hier oben der 7812er oder genauer gesagt die Kondensatoren, die da dran sind. Dafür gehen wir nochmal gerade rüber. Wenn wir uns das hier nämlich mal angucken, der 7812, der sitzt hier mit den Kondensatoren drüber und drunter. Blenden wir das nochmal ein. Das hier ist der, wir haben hier die Eingangsspannung, die 12 Volt, wir haben hier die Ausgangsspannung 5 Volt und hier Ground. Und normalerweise hat man sowohl am Eingang als auch am Ausgang möglichst nah dran Kondensatoren, um Störungen auszugleichen. Wenn wir hier aber mal gucken, hier ist unsere Eingangsspannung. Wo sitzt denn der Kondensator dafür? Der sitzt hier oben an der Stelle. Das heißt also, der Strom muss hier lang fließen, hier lang fließen und dann hier lang fließen. Das ist nicht schön, aber es ist noch okay. Bei der Ausgangsspannung wird das schon interessanter, denn der Kondensator für die Ausgangsspannung, naja, das muss hier lang, muss hier oben lang, muss hier hinten lang, muss hier runter, muss hier schräg, muss hier rüber und hier sitzt der Kondensator. Das ist eine ziemlich lange Strecke und das ist auch noch schön rund. Und das heißt, wenn da irgendwelche Störungen sind, dann agiert das hier quasi wie eine Antenne und macht dann auch nach draußen Störungen und ist allgemein eher eine schlechte Idee. Und was mich halt daran wundert, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, das Ganze zu tauschen, dass man sagt, hier ist der 5 Volt Kondensator, hier ist der 12 Volt. Dann hätte man einfach hier den Kondensator genommen und hätte den direkt hier dran geklemmt, Thema geerledigt. Dieses ganze Trace hätte wegfallen können und auf der anderen Seite hätte man hier den 5 Volt gehabt, den hätten wir hier hin machen können und dann irgendwie mit den 5 Volt verbinden. Und den Ground hier hinten, den hätte man dann hier unten herholen können zum Beispiel, weil dieses gelbe Trace brauchen wir dann ja auch nicht mehr. Das würde ja hier unten entsprechend einfach nur lang laufen. Und das ist halt so etwas, wo ich mich schon so ein bisschen frage, muss das so sein, hätte man das nicht sinnvoller auslegen können? Ich meine, ja, es funktioniert, aber gerade hier an der Stelle macht es für mich keinen Sinn, weil es wäre einfach gewesen, die beiden zu tauschen und hätte dann diese langen Strecken verhindern können. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist oder ein bisschen aufgestoßen ist, naja, wenn wir uns hier nochmal angucken, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier unseren Eingang von der Netzspannung, der geht auf einen Kondensator und auf den Trafo. Da ist nichts dazwischen. Ich hätte mir da vielleicht so eine kleine Sicherung hier noch gewünscht, die dann nochmal so als Last Resort da ist. Also im Prinzip das Ganze nochmal absichert für den Fall, dass irgendwas schief geht. Denn Dinge können schief gehen, wir haben es hier ja schon gesehen. Im Prinzip wird wahrscheinlich nichts passieren. Ich meine, Elko geht meistens in Open. Das heißt also, der wird nicht groß in die Luft gehen, außer einmal kurz. Die Kerkos könnten natürlich einen Kurzschluss verursachen oder auch die Joden. Dann würde wahrscheinlich hier die Thermosicherung reinhauen. Wir können es eventuell spiegelverkehrt sehen. Der ist auf 70 Grad geratet. Das heißt also, im Zweifelsfall geht dann die Sicherung im Trafo auf. Aber eine kleine Sicherung hier zusätzlich, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, würde ich behaupten. Und ja, ansonsten, ich gehe jetzt mal hier den Kondensator noch tauschen. Mach da irgendwas anderes rein, was dann eine höhere Spannung verträgt. Der Rest der Schaltung klappt ja noch oder allgemein die Schaltung hat noch funktioniert, auch mit dem kaputten hier. Aber wenn, dann tauschen wir den. Ich gucke mal, ob ich vielleicht sogar noch eine Sicherung irgendwie da reinbauen kann. Und dann sollte eigentlich das Ding hier wieder für die nächste Zeit funktionieren. Ich meine, so oft brauche ich es zwar ehrlich gesagt nicht. Aber hey, ein funktionierendes Gerät, was getestet ist und keine Fehler hat, wie hier so ein Elko, ist natürlich schöner im Schrank zu haben, als irgendwas, was auf Dauer vielleicht Probleme machen kann. Also als erstes habe ich dann entsprechend hier den Elko getauscht. Alter raus und ein neuer rein. Das ist auch ein 470 µF, aber in dem Fall 35 Volt. Damit ist das Problem schon mal behoben und sollte auch nicht mehr auftreten. Was die Sicherung angeht, habe ich auch was Passendes gefunden. Also erstmal Schieblehre raus und den Halter entsprechend messen. Und ich werde den hinten direkt neben den Eingang machen. Da kann ich es direkt festlöten. Also entsprechend angezeichnet, eine entsprechende Vorkerbung gemacht, Bohrer rein und dann ein Löschelchen in das Gehäuse gezaubert. Das Ganze ein bisschen entgraten und rein mit dem Sicherungshalter. Eingangskabel, wie gesagt, wird direkt verlötet mit ein bisschen Schrumpfschlauch drum. Wichtig dabei, das ist der hintere, das heißt der, wo man nicht direkt mit den Fingern drauf packt. Für die andere Seite gibt es ein frisches Kabel. Das ist jetzt ein starres 1,5 Quadrat. Auch das angelötet mit entsprechend ein bisschen Schrumpfschlauch. Neutralleiter habe ich ebenfalls abgeschnitten und dann eine entsprechende Allerendhülse draufgekrimpt. Dann haben wir da nicht das Problem, dass sich das Lötzinn irgendwie verdrücken kann. Damit ist das beides fertig und kann in die Originalklemme rein. Die habe ich nicht getauscht. Danach dann das Ganze zerlegen einmal rückwärts, also Bord wieder vorne eingeschraubt, die Kabel festgemacht, das Bord am Gehäuse festgeschraubt, Höhren rein, Starter rein, Knöpfe drauf und natürlich auch das Glas wieder festmachen. Das hintere Plastikstück, was ich abgerissen habe, einfach ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf gemacht und das damit wieder festgeklebt. Sollte passen. Und zur Krönung am Schluss dann eine passende Sicherung. Naja, okay, gut, das ist nur eine Glassicherung, aber so sollte reichen. Und die entsprechend hinten eingeschraubt. Und wenn wir das Ding hier an Stromnetz anklemmen und einmal die Tastel drücken, Überraschung, Licht geht an, also noch alles funktionsfähig. Und was halte ich jetzt davon, nachdem ich es mal zerlegt habe? Naja, wenn das irgendein privates Bastelprojekt gewesen wäre, Topding. Einfache Technik, einfache Schaltung, zuverlässig, funktioniert, also kein Problem. Wären da nicht halt die paar Fehler, aber wie eben schon gesagt, das sind Fehler, die kann ich durchaus nachvollziehen. Die habe ich nämlich fast alle selber auch schon mal gemacht und ja, habe die Konsequenzen danach spüren müssen. Von daher, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum die gemacht wurden, was passiert ist. Und das Wichtige ist halt, dass man aus den Fehlern lernt und entsprechend dann bei zukünftigen Sachen das nicht mehr macht. Ansonsten verbuchen wir das mal unter Passiert. Was ich nicht ganz so dolle finde, ist, dass das Ding hier überhaupt steht. Also im Sinne von, wie ich es bekommen habe, weil für irgendein Crowdfunding oder so wäre das eine Sache gewesen, was für mich okay ist. Aber das Gerät hier habe ich halt über einen Fachhandel erworben. Und bei einem Fachhandel, der sich ja damit brüstet, dass er irgendwie Ahnung hat und Beratung macht und alles, da erwarte ich eigentlich auch, dass die verkauften Produkte da nicht solche Fehler drin haben. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass da jemand zumindest mal einen kurzen Blick reingeworfen hat, bevor man das ins Sortiment aufnimmt. Und dabei hätten eigentlich zumindest so ein oder zwei von den Fehlern auffallen sollen. Die hätte man vorher korrigieren sollen, weil realistisch gesehen, es wird wahrscheinlich nichts passieren, außer dass der Elko halt dicke Backen macht. Aber Elkos gehen meistens in offen und machen keinen Kurzschluss und dann sollte da nichts passieren können. Und die anderen Stellen, wo halt Sachen fehlen, das ist auch mehr theoretischer Natur. Aber naja, es muss halt nicht sein. Und es ist eigentlich auch was, was ich nicht sehen möchte, wenn ich ein fertiges Gerät aus dem Fachhandel kaufe. Aber da können wir jetzt im Prinzip lange diskutieren. Das Ding ist elf Jahre oder älter. Schwamm drüber. Jeder macht Fehler. Jeder lernt dazu. Ist halt jetzt so. Es ist ein neuer Elko drin. Die Lüsterklemme ist behoben und wir haben eine Sicherung nochmal als zusätzliches Fangnetz drin. Und die Kondensatoren, es kann Störungen aussenden. Aber hier ist nichts, was irgendwie höhere Frequenzen macht. Von daher, das ist eine theoretische Sache. In der Praxis ist es im Endeffekt egal. Und wie wir hier sehen, das Prinzip funktioniert damals wie heute. Licht geht nach der eingestellten Zeit aus. Und damit tut das Gerät ja offensichtlich auch nach elf Jahren noch, was es soll. Und damit tut das Gerät ja offensichtlich auch nach elf Jahren noch.